Kommen wir zu den Paderquellen. Hier ist das Paderquellgebiet, belebt städtisch direkt unterhalb des Doms. Das westliche Paderquellgebiet. Auch an der Pader sehen wir die Stockenten, aber ansonsten ist natürlich alles anders als an der Alme städtisch. Wie gesagt, sehr viele Algen hier im Paderquellgebiet. Man muss aufpassen, da steht er vorraten. Nicht zu viel füttern. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Früher wurde am Fluss gewaschen, aber Waschmaschinen sind auch noch nicht so alt, dass das 100 Jahre ist und überall sehen wir hier immer kleine Zuläufe, also auch ein größeres Quellgebiet.